10 Wege, wie du auf Social Media Geld verdienen kannst. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Nick und hier dreht sich alles rund ums Thema Social Media Marketing, Mindset und Business Building. In diesem Video möchte ich dir 10 Wege vorstellen, wie du auf Social Media Geld verdienen kannst. Kommen wir zu Weg Nummer 1. Der erste Weg ist relativ simpel, YouTube-Monetarisierung. Das ist mit Abstand einer der schwierigsten Wege, um wirklich viel Geld zu verdienen. Die Richtlinien von YouTube werden immer härter. Das heißt, du musst eine bestimmte Anzahl an Watchtime haben, eine bestimmte Anzahl an Viewer haben und eine größere Abonnentenzahl haben, damit YouTube-Monetarisierung zulässt. YouTube-Monetarisierung kannst du dann relativ einfach in deinem Dashboard, wenn du einen eigenen Account hast, einstellen unter Einstellungen logischerweise. Du hast dann die Möglichkeit, einige Cents pro Klicks zu verdienen, die du auf deine YouTube-Videos kriegst. Leider fällt das immer weniger aus und ist dementsprechend nicht der schnellste und beste Weg, um irgendwie Geld zu verdienen auf Social Media, aber gehört zu einem der 10 Wege, die am häufigsten genutzt werden. Der zweite Weg, wie du auf Social Media Geld verdienen kannst, ist mit Abstand einer der häufigsten genutzten, und zwar Affiliate-Marketing. Affiliate-Marketing bedeutet so viel wie Partnerschafts-Marketing, das heißt, dass du die Produkte von anderen Leuten bewirbst. Das kann insofern aussehen, dass du das machst, was die meisten Leute machen, und zwar Produkte von Amazon zu bewerben, weil Amazon mit Abstand das größte Partner-Netzwerk überhaupt hat. Das heißt, egal in welcher Nische oder in welcher Branche du dich befindest, auf Amazon wirst du Produkte finden, die passend für deine Zielgruppe sind und kannst daran immer an jeder Bestellung mitpartizipieren. Ebenfalls cool an dem Partnerprogramm von Amazon ist, dass du nicht nur an den Produkten verdienst, die du verlinkst, das heißt, über einen bestimmten Link wird herausgefunden, dass die Leute über dich gekommen sind, über deine Empfehlung auf die Plattform, sondern auch auf Produkte vergütet wirst, die in der Zeit, während sie dein Produkt gekauft haben, ebenfalls gekauft werden, oder tatsächlich sogar Produkte, die gekauft werden, ohne dein Produkt gekauft zu haben, weil Cookies platziert werden in dem Catch, das heißt, in einem Speicherverlauf der Leute, wenn die über deinen Link auf Amazon kommen und du dann daran vergütet wirst. Die Vergütung fällt leider nicht allzu groß aus, aber dadurch, dass Menschen immer wieder sehr häufig und sehr viel bei Amazon einkaufen, macht nachher die Masse das Ganze. Die Möglichkeit Nummer zwei innerhalb von Affiliate-Marketing ist natürlich auch, dass du andere Programme nutzt. Das heißt, die meisten Online-Shops, wenn du da mal ganz runter scrollst, findest du da die Möglichkeit Kooperationen, Partnerschaften, Affiliate-Marketing und hast die Möglichkeit dort 10, 15, 20, teilweise sogar bis zu 50% Provision zu verdienen, wenn du Produkte von denen weiter empfiehlst und die Folgeprodukte ebenfalls gekauft werden. Genauso profitabel sind aber ebenfalls Infoprodukte, die du über Digistore24 bewerben kannst, über Zanox bewerben kannst oder diverse andere Zahlungs- und Produktherstelleranbieter oder Plattformen, Marktplätze, wo digitale Produkte, aber auch andere Produkte, wie beispielsweise Handyverträge, Paypal-Mitgliedschaften und so weiter vertrieben werden, hast du die Möglichkeit, dort relativ simpel und einfach über einen Link, der platziert wird, Geld zu verdienen, indem du das Ganze weiter empfiehlst. Das ist mit der einfachste, simpelste und schnellste Weg ohne ein eigenes Produkt, Herstellung, große Promotion oder sonst was, irgendwelche Fähigkeiten, Geld mit Social-Media-Marketing zu verdienen. Der dritte Weg ist mit einer der beliebtesten, der gerade aufkommt und zwar Kooperationen auf Instagram und YouTube. Mit Kooperationen auf Instagram und YouTube arbeitest du im Prinzip mit anderen Unternehmen zusammen, das ist nicht wie Affiliate-Marketing, weil Affiliate-Marketing baut meistens auf Eigeninitiative, auf Kooperation, baut darauf auf, dass entweder du auf das Unternehmen zugehst oder das Unternehmen in den meisten Fällen dich anschreibt und dich darum bittet, dass du eines ihrer Produkte bewirbst, ein Werbevideo für die Mast oder ein Foto. Das Ganze passiert dann in Form von Entgelt, das heißt, dass du meistens einen fixen Betrag von, keine Ahnung, 500.000, 10.000 Euro, je nachdem, wie groß dein Kanal ist, dein YouTube-Channel oder dein Instagram-Channel und natürlich auch wie gut du im Verhandeln bist, kannst du dementsprechend hohe Pauschalen und Gagen verlangen für Postings von Videos oder Fotos, in denen du Produkte von ihnen platzierst. Der vierte Weg ist ebenfalls ein beliebter Weg, den Leute wählen und zwar ein eigener Online-Shop. Diverse YouTuber und Instagramer fangen an, mit eigenen Online-Shops ihr Geld zu verdienen, indem sie ihren Merchandise in Form von T-Shirts, Hoodies, Brillen, Schuhen, Tanktops, Armbändern, was auch immer, anfangen dort zu promoten und ihre eigene Marke im Prinzip aufbauen. Der Vorteil davon ist natürlich, dass du alle Einnahmen selber einsteckst und dass du auch dahinter stehst, eine eigene Marke langfristig aufbaust. Der Nachteil ist, dass du das Risiko trägst, dass die Produkte sich nicht verkaufen und dass du ebenfalls in Vorkasse gehen musst und ebenfalls auch jegliche Image-Schäden, die passieren oder passieren werden oder könnten, nachher auf dich zurückfallen. Genauso hast du ebenfalls das Problem, dass du bzw. der Nachteil, dass du nachher ganz normal halt Herstellungskosten hast, Steuern draufzahlen musst. Du musst sowieso überall Steuern zahlen, aber das fällt halt bei Eigeneinnahmen teilweise ein bisschen höher aus in diversen Punkten, je nachdem, wo du die Ware her beziehst, wie das Ganze funktioniert. Du musst dich mit rechtlichen Sachen auseinandersetzen, weshalb das natürlich erst dann Sinn macht, wenn du wirklich weißt, dass das durch die Decke gehen wird und du ein großes Following hast, das wirklich möchte, dass du deine eigenen Produkte rausbringst. Kommen wir zur vierten Möglichkeit und das ist im Prinzip die Alternative zum eigenen Online-Shop und zwar Dropshipping. Dropshipping ist im Prinzip folgendes und zwar, du setzt einen eigenen Online-Shop auf über Shopify oder einen Funnel über Clickfunnels und bewirbst Produkte von Alibaba oder Produkte, die du irgendwo anders bezogen hast dort und verkaufst sie on demand. Das bedeutet im Prinzip, du musst die Produkte nicht von vornherein einkaufen. Es ist nicht deine eigene Brand, das heißt nicht deine eigene Marke, sondern das sind bestehende Produkte, die du günstig einkaufst bzw. du mit dem Hersteller oder dem Fabrikanten ausmachst, dass jedes Mal, wenn ein Produkt verkauft wird, du ihm das zuschickst, die Bestellung zuschickst und er dann die Bestellung für dich erstellt, verarbeitet und das Produkt zum jeweiligen Kunden schickt. Das heißt, du hast mit nichts zu tun, außer am Anfang einen guten Hersteller bzw. Fabrikanten zu finden, der sich darum kümmert und nachher entsprechend die Verkäufe zu machen und steckst dir die Marge ein. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Uhr vermarkten möchtest, die du auf Alibaba findest und die kostet 10 Euro im Einkauf, dann sieht es wie folgt aus, dass du einen Shop aufsetzt und du verkaufst die Uhr beispielsweise für 100 Euro und wenn sie jemand für 100 Euro kauft, bezahlst du 10 Euro an den Fabrikanten oder an den Hersteller. Er macht das fertig, verschickt das Ganze an den Käufer. Du behältst die 90 Euro abzüglich natürlich der Werbekosten, die du hast und allem anderen Dingen. Aber hier hast du ein relativ geringes Risiko, weil du keine Eigenherstellung hast. Du musst nicht wirklich deinen eigenen Ohrenschmalz benutzen, um eine eigene Brand, eine eigene Marke aufzubauen. Du musst dann nicht zwingend mit deinem eigenen Namen dahinter stehen und du baust dazu auch nicht unbedingt eine eigene Brand, sondern kannst das relativ simpel und einfach über Facebook-Ads bewerben. Hast dann auch dazu noch eine ziemlich hohe Marge, jedoch ist nicht jedes Produkt zum Gewinnen gleich direkt, sag ich mal, prognostiziert. Das heißt, du musst ziemlich viele Produkte austesten, du musst auch viel mit den Herstellern und Unfabrikanten verhandeln, testen, probieren, wer von denen zuverlässig ist und wer nicht, bis du da wirklich mal auf ein gewinnendes Pferd setzt bzw. eins gefunden hast. Der sechste Weg, um auf Social Media Geld zu verdienen, ist Reach Hero. Reach Hero ist eine Plattform, auf der hast du die Möglichkeit, diverse Kooperationen mit Unternehmen einzugehen. Der Unterschied ist hier wie folgt, und zwar, dass Reach Hero als Plattform gilt, wo beispielsweise du dich als Influencer anmelden kannst und dann diverse Unternehmen sich dort anmelden können und die Unternehmen können dann ihre Produkte, die beworben werden müssen und welches Budget die haben und welche Leute sie haben möchten, können sie dort einstellen. Reach Hero informiert dich, wenn du in diese Kategorie fällst und du hast die Möglichkeit, dich zu bewerben. Das heißt, das macht den Kontakt zwischen dem Unternehmen, das eine Kooperation möchte und dem Influencer, der eine Kooperation sucht, relativ simpel und einfach. Der siebte Weg, um auf Social Media Geld zu verdienen oder viel eher gesagt, Geld einzusparen, ist Freedgly. Freedgly ist eine App, die gibt es noch gar nicht allzu lange und das Interessante ist, ich kenne sogar den Gründer, habe dort ein bisschen geholfen, was den Vertrieb angeht am Anfang. Wir haben uns viel ausgetauscht und wir haben die App an diverse Influencer weiterempfohlen. Freedgly ist eine App, da hast du die Möglichkeit, dich anzumelden und innerhalb deiner Stadt und allen anderen Städten exklusive Deals wahrzunehmen gegen ein Shoutout. Das heißt, du hast die Möglichkeit, in Cafés, in Boutiquen, in Restaurants, in Friseurläden reinzugehen, einen Gutschein wahrzunehmen, beispielsweise bei einem Friseur von 150 Euro, dir dort die Haare schneiden zu lassen für 150 Euro. Das heißt, im Prinzip nichts zu zahlen, außer du lässt dir über den Wert hinaus was machen oder in einem Restaurant für 50 Euro essen zu gehen und dann ein Foto davon zu machen und einen Beitrag hochzuladen. Das heißt, im Prinzip kriegst du eine Dienstleistung umsonst und dafür machst du einen Post dafür, was ein super fairer und cooler Deal ist und einem echt viel, viel Geld sparen kann, weil du eigentlich fast alles machen kannst von teilweise Lebensmittel einkaufen, Schuhe, Klamotten einkaufen, Essen gehen, Kaffee trinken gehen, Haare schneiden, wie gesagt, und alles, was sonst so dazu gehört. Der achte Weg, um auf Social Media Geld zu verdienen, ist Network Marketing. Ich weiß, es ist kein beliebter Weg, um Geld zu verdienen oder von vielen Leuten definitiv verrufen. Und trotzdem ist Network Marketing ein einfacher Einstieg, um gleichgesinnte Menschen zu finden und ein Produkt zu finden, was man einfach nur vermarkten muss und eine Möglichkeit, wo man ein Team sich aufbauen kann, an dem man fortlaufend verdient und das Produkt und das Team über Social Media aufbauen und vermarkten kann. Der neunte Weg, um auf Social Media Geld zu verdienen, sind bezahlte Shoutouts. Bezahlte Shoutouts sieht wie folgt aus, und zwar, dass du dich dafür bezahlen lässt von anderen Marken oder an deinen Influencern und Accounts dafür, dass du sie auf Instagram, in der Story oder in deinem Feed erwähnst. Ja, ganz oft kannst du schon 50, 100, 200, teilweise sogar 1000 bis zu 10.000 Euro nehmen, je nachdem, wie groß dein Account ist, nur dafür, um jemanden zu erwähnen. Es geht gar nicht darum, ein Produkt zu bewerben, sondern einfach nur einen Account zu erwähnen, damit der mehr Reichweite kriegt. Das sind bezahlte Shoutouts. Der zehnte und damit auch letzte Weg, wie du auf Social Media Geld verdienen kannst, ist mit eigenen Infoprodukten und Coachings. Das, was du machen kannst, ist relativ einfach, und zwar Videokurse aufnehmen, E-Books schreiben oder diverse andere Informationsprodukte herstellen, die anderen Menschen aber helfen, ihr Leben etwas einfacher zu machen. Das heißt im Prinzip, ähnlich wie das, was ich auf YouTube mache, bloß dafür Geld zu nehmen für diese Inhalte und hast die Möglichkeit, das online zu stellen und über einen Sales Funnel, eine Landingpage, einen Bezahlanbieter hast du die Möglichkeit, das Ganze nachher zu bewerben und dann Geld dafür zu kriegen, ob es 5 Euro ist, 20, 100, 1000, 2000, alles ist möglich, hast du die Möglichkeit, 100% Marge einzustecken, dafür, dass du deine eigenen Infoprodukte vermarktest. Ganz beliebt ist das bei Fitness-Influencern, die irgendwann mal merken, okay, dass so viele Leute fragen, was ihr Trainingsplan und Ernährungsplan ist, dass sie das einmal komplett aufzeichnen und dann on repeat verkaufen, immer und immer wieder 24-7 an ihre Community und Fans. Das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest den einen oder anderen Weg für dich neu erkennen, die eine oder andere App kennenlernen, die super simpel und einfach zu benutzen ist und dir deinen Alltag einfacher machen wird und vor allem dir die Möglichkeit bietet, Geld zu verdienen mit Social Media Marketing. Wenn dir das gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Falls du noch einen anderen Weg kennst, um mit Social Media Geld zu verdienen, lass es mich unten wissen. Wenn du schon positive Erfahrungen mit einer dieser Möglichkeiten gemacht hast, lass es mich ebenfalls in den Kommentaren wissen und teil das Ganze mit deinen Freunden und Bekannten, damit das Video größer, bekannter wird, mehr Leute sehen und mehr Leute davon profitieren können. In dem Sinne, ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Dein Nick. Bis dann. Ciao.